Ja, und guten Tag zum neuen Minecraft-Part. Dies ist der Part, der vorerst der letzte sein wird, jedenfalls für etwa eine Woche. In dieser Zeit werden leider keine neuen Videos rauskommen, höchstwahrscheinlich, da ich nicht da bin. Ja, ich habe den Fly-Mod gerade drin und fliege ein bisschen in der Gegend herum. Ja, und ich habe auch meinen Texturenpack mal wieder ausgetauscht. Ich werde die Dinger wirklich sehr häufig jetzt wechseln, praktisch in jedem Part werde ich versuchen das zu wechseln, also daran zu denken. Ähm, ja. Wir waren in der Höhle drin, ich bin da eben mal rausgeflogen. Und da es jetzt Nacht wird gehen, waren wir zum Haus. Ich werde die Dinger jetzt ohne Ziel spielen. Das Ding habe ich nur für meine andere Single-Player-Welt hier drin, in der ich wirklich erstmal ganz große Sachen bauen will. Und nicht alles suchen. Doch, in dem Texturenpack sieht das im Gervil übrigens ziemlich scheiße aus. Das ist da einfach eine Spinne. Ich gehe mal schnell ins Haus rein. Das ist so absurd. Tja. Ich finde mal das... Äh, Texturenpack ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Ich mag es jetzt nicht so gerne. Ah, pennen wir erstmal eine Runde. Ja, zack. Ja, zack. Deine Bremse. Deine Bremse. 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 Wer bist du denn? Ä? Da. Nein. Dritten Bremse. 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 Geht doch. So, ich will nicht jetzt so viel hier spawnen. Ich mache viel über Akel hin. So, zack und zack. Achso, genau, ich wollte das hier aufstellen. Ähm, nein. Okay, jetzt spielen wir ganz normal weiter. Ich will mir auch nicht recheaten. Es sei denn, ich will irgendwas wirklich großartiges bauen. Ihr wollt das jetzt dann auch. Ja, was mache ich jetzt? Ich werde jetzt unter diesem Haus... So eine Art... Beziehungsweise mache ich das dann eigentlich. Ich werde jetzt diese ganze Erde abtragen. Und da drunter noch eine Etage. Was geht denn? Doch, da drunter noch eine Etage. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Achso, ich werde jetzt auch ein kleiner Erleger in die andere Seite abonnieren. Jetzt bin ich da aufkommen. Wieso ist das hier drin? Ich kann nicht mehr ein paar Daumen. Und daciochen oder ein bisschen mehr. Daher. So, ich werde das... Ich werde da drauf ran. Ach geil bin ich, okay. Und dazu. Nein, gar nicht viel Erde. Ach hier ist der Weg. Das ist absurd, das darf ich auch hin. So, hab ich Holz dabei. Nein, ich hab Stein dabei. Das ist unsere Wünsche. Stein. Da kommen dann die Türen rein. Was ist das denn da vom Scheißspiel? Nein, da vom Scheißspiel. Das geht aber auch nicht so doll. Stirb mal bitte eben. Danke. Also nochmal, da, da. Da ist egal. Ja, der Haus ist ziemlich klein, es ist eher noch ein Gang. Da. Gehen wir größer. Ja. 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 Oh, das ist doch... Hm, man hat wohl irgendwie falsch in seiner Geschosse aus. Ich... Gumm, ob ich mir noch mehr... äh... Action bauen kann. Zack, 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 zack. Traculo Bonita. Oh, die haben auch noch... Ähm... Hm... Hm... Hm, 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 hm... Eigentlich könnte ich nochmal eine Angel... bauen. Wie geht das denn? Ich glaube, es geht so... Ja. Fische. Und... Aus einem Grund kann ich den Schnee übrigens wieder wegklappen. In den frigen Fall ist das Minecraft-Jabe abgestürzt. Aber... Eigentlich geht's jetzt wieder. Oh, na lol. Ich hab noch nie eine Angel gemacht. Ich bin das also gar nicht. Ach, scheiß, hab ich mal erstmal in den Raum größer. Danach gehen wir mal eine Runde Angeln. So. Okay. Ah, okay. Ich weiß, wann ich hier... Ach, ach so... Das heißt, nein, da nicht. Hopp, hopp. Und da ist erstmal Kohle... Yaaaah... Einmal, das lass ich. Nein, Cooler habe ich noch gar nicht spielten. Und in der Kiste wäre eben auch noch was, oder? Aber ich baue sie trotzdem ab. So, dann baue ich sie vielleicht wieder. So. Dann kommen da Treppenhöhe. Zack, 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 zack. So. Oh, was ist das Ding kaputt gegangen? Muss ich jetzt ganz runter ran oder habe ich noch was zu sehen? Inventar? Scheiß drauf, war mir jetzt nicht ein ... Nein, so. Oh. Ach, Scheiß drauf. Ah. Eine Schaufel wollte ich haben. Oh Gott, da können wir uns fragen, wenn wir jetzt nicht voll zacken gehen, aber... Ähm, was soll da oben hin? Ach so, hm. Ist ja gut, ist schön. So, wird es schön da oben mit dem Holz entdecken. Scheiße, die Erde. Und das Papier weg. Und so. Fackel und Fackel. Und da. Ja, ich weiß es nicht so schön aus hier. Aber den Raum werde ich jetzt erstmal größer. Und keller dann das Leid an. Kann ich in die Richtung weiter gehen? Ja, tja. Das ist echt ganz cool hier. Hm. So. Ne, ich kann erstmal weiter. Wo fällt er? Ja. Stein hin kloppen. Erstmal den Raum richtig ausbauen. Gehe ich es noch weiter in die Richtung oder nicht? Ich finde, so reicht das eigentlich. Das geht auch gar nicht so gut, wenn ich sonst wieder mit dem Keller mit der Treppe runden in Kontakt komme. Das wäre jetzt nicht dumm. Das ist ja nicht so gut. Ich denke, ich kann nicht mehr probieren. Ich kann nicht mehr probieren. So. Das ist ja nicht so gut. Das wird jetzt die größere Raum. Und auch die hier mit dem Keller gegen. Ja, die Suche nach dem Dungeon habe ich jetzt vorher erstmal aufgegeben. Das habe ich eh nicht. Ich nehme an. Irgendwann finde ich so mitten in der Brillelei. Hier im Raum oder sonst woanders. Schuss ich auf einmal auf ein riesiges Höhensystem. Also ich will das jetzt erstmal gar nicht denken. Zufall. Nein, der ist falsch. Der kommt gleich wieder weg. Ja, auch. Sack. Sack, zack, zack. So. Ich gehe jetzt mal trotzdem, weil das kippiert ist. Still das kipp. Möchte ich ihn nicht wegmachen? Nein, das ist genau da. Mist. Hm. Okay. Das ist natürlich sehr dumm. Ah, mach ich erstmal die Wand hin. Nee, so soll ich jetzt kommen, oder? Kommt mit dem Stein, oder? Nein, mit dem Stein. Oh, es ist Nacht. Ich geh erstmal rein und baue mir eine Tür. Die Aufnahmezeit ist auch gleich schon wieder beendet. Ach, vergiss das mit der Tür, ich geh runter. Oder soll ich mir eine Eisentür? Äh, was denn? Warum kleben? Oh! Kaffee hier. Eisen. Aber eigentlich... Ja. So, soll ich mir eine Eisentür? Ich glaube, eine Eisentür sieht besser aus. Die Tür... Also, die Tür sieht ihr genauso aus wie mit dem Text-Tunpack. Oder nicht? Achso, gut. Erst mal eine Stunde Ratzen. Naja, schnarch, 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 schnarch. Oh, und ich bin wach. Oh! Hm. Hey, wie geht die... Achso, da ist wohl mal ein Knopf, ne? Ich glaube, eine Eisentür geht nur mit dem Knopf auf. Gute Frage. Wie geht mit dem Knopf? Das Eisen? Wieso, ne? Stein. Äh... Irgendwann ist ein Creeper. Ja, alle vier, fünf Minuten lebt es, weil dann eine neue Aufnahme gestartet wird. Jetzt ist schon die Creeps irgendwie eingestellt. Ich glaube, das kann man nicht ausstellen. Na, hier ist ein Höllentor. Seit dem Grund, ich habe es da nicht eingestellt. Oh, das ist schon stein. Oh, ich bin jetzt da. Hier. Und Jack Creeper hat uns gesehen. Er kommt auf uns zu. Wenn du meine Straße kaputt machst. Alter, ich bring dich um. Na gut, dann ist er so. Ist das nicht gut, aber... Ist das? Stone Slap? Das ist doch eine... Hä? Oder geht das nur mit? So. Wir gehen mit dem Knopf. Äh, wie geht ein Knopf? So, nö. Äh, gut, dann lasst nicht das mal erst mal mit dem Knopf. Dann könnt ihr mir in den Kommentaren mal verraten, wie das geht. Ich bin so voll nachzuschlagen. Ähm... Ja, okay, gut. Dann sehen wir uns im nächsten Teil, der in einer Woche etwa anläuft. Am Montag bin ich dann wieder hier, beziehungsweise am Sonntagabend. Vielleicht auch da schon was. Ja, mal gucken. Ich wünsche euch jedenfalls jetzt noch eine frohe Ferienwoche. Wenn ihr noch eine habt, sehe ich. Okay, dann gehen wir in der nächsten Folgen Knöpfe bauen und angeln. Bis dann. 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 Dann.